Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji. Willkommen hier zurück auf NoLeakGaming. Zurück zu meinem ersten FIFA 20 Fake Opening Best of... Ich bin heiser. Hier sieht's aus bei mir. Es ist jetzt 13 Uhr, ich hab jetzt grad gepennt, weil ich bis fast 5 Uhr gestreamt habe und dann nochmal um 7 Uhr wach war. Weißt du, warum? Seht ihr auch im Video gleich noch. Denn wir haben... Ich will gar nicht so viel sagen, Freunde. Mich würde es riesig freuen, wenn ihr auf dem Video eskaliert mit den Likes, Freunde. Für FIFA 20. Die Saison muss einfach nur krank werden. Ich hoffe, das wird unser bestes Jahr. Ein geiles Jahr mit euch zusammen, Leute. Und wenn ihr noch Bock habt, FIFA 20 zu gewinnen, dann schreibt jetzt Hashtag... Sag ich euch im Laufe des Videos in die Kommentare. Viel Spaß mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon gezockt habt, was ihr bisher so gezogen habt. Wir nehmen so eine... Viel Spaß. PSN-Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. N-A-G-K-Pa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Mir wollte heute jemand FIFA verkaufen für 3... Ist das alles klar? Ja! M-A-P, Junge! Noti-Fusa! Endlich ist er da! Der fährt doch rein, das ist ein Inform! Das ist doch ein Inform! Das ist mein erster Inform! Mignolet! Bei Brüssel, Alter, du Dreckiger! Dreckiger! Ja, wir sind doch noch an, wenn du was willst, ne? Yo, danke, Bruder! Mein erster Inform, aber der ist sauscheiße! Und es leckt wie scheiße! Ihr dreckigen Hurtzöner! Ha, 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 ha! Ihren Nightbot! Fährt der rein? Fährt der rein? Der fährt rein! Ist das ein Walkout? Das muss ein Walkout sein! Das ist Cavani, oder? Ja, ha, 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 ha! Here we go! Erster Walkout in FIFA 20! Ha! Ich fall auch in Ohnmacht, Mon Amour! Ich fall auch in Ohnmacht, Mon Amour! Was für Boden! Weil das Licht weiter nach rechts leuchtet! Ich bin doch kein Architekt! Ich bin mich interessiert nur noch der Walkout-Unterschied! Und dann leuchtet nur die linke Lampe am Ende! Und das habe ich erkannt! Und der Rest ist mir jetzt scheißegal, weil ich jetzt einen Walkout ziehe! Ich werde es nie verstehen! Ist mir jetzt auch scheißegal! Guckt euch einfach an, wie der Benji einen Walkout zieht! Ah, schade! Der geht aber raus! Ja, das habe ich erkannt! Das habe ich erkannt! Dass der rausgeht! Ich dachte gerade kurz, das wäre ein Walkout! Äh, ne, habe ich natürlich erkannt, dass es kein Walkout ist, aber dass der rausfährt! Die Striche waren dünner, oder? Oben! Die Striche oben waren dünner! Ich habe den Kopf noch nicht so richtig ange... Das Licht hat weit nach außen geleuchtet! Er fährt durch! Die Farbe habe ich erkannt, Schade! Die Farbe habe ich erkannt! Wow! Die Farbe habe ich erkannt! Und das Licht hat weiter nach links geleuchtet auf dem Boden! Aha! Aha! Nämlich über den Strich drüber! Der fährt durch! Ja, der fährt rein! Ich habe aber nicht darauf geachtet, ob es ein Walkout wäre! Ja, okay, das kann ja kein Walkout wäre! Das ist Peter Tschech! Ne, lol, das ist Pavlenka! 84 hat er dieses Jahr! Krass! Da fährt er ins Stadion! Was jetzt noch geil wäre, aber das können Kiense wahrscheinlich nicht hin, wenn im Hintergrund das Stadion ist, was man aktiviert hat! Wisst ihr, was ich meine? Das wäre richtig geil! Der fährt rein! Das ist ein Inform! Das ist ein Inform! Das ist ein Inform! Wer ist das denn? San Pellegrini! Das ist San Pellegrini! Der zweite Inform! Die Karte ist eigentlich... Nein, so ist es nicht! Aber die ist ein guter Allrounder eigentlich! Damals 45, 25 oder 98 Ronaldo! Was ne Zeit! Der Pekla-King gibt's immer noch! Das war wirklich Crank, ne? Das war Crank! Er sagt, ey, wenn du Tabak brauchst, ich besorge ihn dir! Und ihr wisst ja, was mein Lieblingstabak... Oh, der geht rein! Ist das ein Walkout? Ne, oder? Das ist ein Walkout, oder? Das ist ein Walkout! Auch wenn, alter, viral echt scheiße ist! Aber here we go! Ich hab gar nicht auf die Lampen umgeachtet! Das müsste eigentlich Gareth Bale sein mit dem Goldschläger! Wenn Gareth Bale... Ach, Gareth Bale ist ja gar kein Walkout! Ja, moin! Aber lass uns das Thema abschließen! Ich hab mich bei EA mehrfach entschuldigt! Da wird auch noch ein bisschen was kommen! Einfach so als kleine Wiedergutmachung auch gegenüber EA, dass die sehen, ey... Oh, der fährt doch rein! Der fährt rein! Das ist aber kein Walkout! Das ist kein Walkout! Das ist Sokrates! Oder Manolas! Ähm... Lass uns das Thema einfach abschließen! Ich werd nur noch so ein bisschen was Kleines machen! Mit Hertha zusammen wahrscheinlich so ein bisschen was für einen guten Zweck! Dass EA auch sieht, ey, das war wirklich scheiße! Das tut dem Jungen leid! Dass ich in Zukunft wieder eine gute, äh... Verbindung mit denen aufbauen kann! Ich war ja immer gut mit denen von EA! Und muss auch wirklich einen Kuss raussprechen! Dass es am Ende alles so gut verlaufen ist! Ich bin damit zufrieden, dass ich aus dem EA-Game-Channel-Programm rausgehe! Damit bin ich gut von weggekommen! Die wissen, dass es mir live tut! And your! Und der fährt rein! Der fährt schon wieder rein! Back to back! Der fährt! Wer ist das? Der ist doch auf dem Shisha-Schrank oben drauf! Doch! Der muss da oben drauf sein! Oh! Hallo! Lol! Der ist durchgegangen! San Pellegrini! Die Nummer 2! Ich weiß, dass der nichts wert ist, Chat! Aber macht mir den jetzt nicht schlecht! Ich freue mich gerade brutal über einen verdammten Informmann! Endlich mal wieder! Dann geht man einmal aus dem Raum raus beim Pack und zieht einen Inform! Wow! Ich bin nicht mehr auf der Red List! Oh, der ist gut! Der ist gut! Der ist gut! Der ist gut! Doch, das ist eine Inform! Ah jo! Das ist ein Walkout-Kosch hier in die Inform! Walkout-Inform, Freunde! Let's go! Das Bild sieht ein bisschen verzogen aus auf der Karte, aber ist geil! Das Ding sah auch ganz anders aus! Das Feuerwerk oben! Das sah anders aus! Ich... Save! Oh, das ist ein Inform, oder? Das... Nee! Aber der fährt durch! Ist das ein Walkout? Nee! Stürmer? Nee! Das ist Rodrigo! Oh, Mann! Das wird voll verwirrt, Digga! Wirklich brutal! Brutal verwirrt! Danke, Bro! Rodrigo! Belieb! Inform, oder? Der geht raus! Der geht raus! Der fährt! Der fährt! Der fährt! Das ist doch alles scheiße, Mann! Warum erkenne ich noch nicht, ob der Walkout ist oder ob der rausfährt? Ich muss noch mehr auf diese Lichter achten! I have to act more on the lights! Viel, viel mehr on the lights achten! Oh, Johnny! Ja, der fährt! Der fährt! Der fährt! Der fährt! Wer ist das denn, Mann? Oh, Pepe! Why are you doing this to me, EA Sports? Meine Stimme ist schon weg, Mann! Nice Schwanz, Bro! Ganz ehrlich, Chat! Wie lange wird es dauern, bis die Points oben von der Uhr weg sind? Wie lange wird es dauern, Chat? Ganz ehrlich, Chat! Der wird dick! Jawohl! Der fährt durch! Der fährt durch! Keine Ahnung, ob es ein Walkout ist! Schon wieder ein scheiß Portugal! Mann, was ist denn das? Inform schon wieder! Nani, Info! 75 Tempo nur! Was? Nass! Was? Was? Yo! Okay! Oh, der fährt rein! Der fährt rein! Wer ist das denn? Vidal! Aber das ist kein Walkout! Der hat ja so nicht... Guck mal, Digga, die Stats, Alter! Das ist ja nichts mehr! Wer spielt denn den Arturo? Arturito! Arturito! Weißt du, wo Arturito von Außergeld ist? Arturito! Der fährt, jawohl! Ist es ein Walkout? Ich habe mich darauf geachtet! Scheiße! Ich weiß es nicht! Toni Kroos! Gündoan! Kein Walkout! Aber Gündoan! Aber Gündoan! Das ist okay! Der ist bestimmt ein bisschen was wert, weil er bei City spielt in der Premier League! Siehst du die gleiche Target-Challenge eigentlich wieder durch? Natürlich, India! Safe, full! Burschen, 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 Burschen! Der beschreibt mich den FIFA 19! Tatsächlich, ich habe mich gar nicht geändert! Der fährt rein! Der fährt rein in die Olga! Auch wenn das Ilaramendi oder Parejo ist, wenn er so ein Scheiß ist! Ist das wirklich ein Walkout? Wir machen jetzt ein Gewinnspiel für diesen Walkout, Alter! Ist das dein Ernst, Mann? Können die 99... Der geht rein! Der fährt wieder! Der fährt! Der fährt! Deutschland gut! Merkel gut! Bummels! Süde! Äh, Dingsbums! Boateng 84 hat Boateng! Was wollt ihr mich verarschen? Boateng hat eine 4... Ja, okay, was hat der auch geleistet? Boateng 84 ist ja schon ein ganz, ganz harter Tobak! What? Gib mir den Walkout, komm! Von oben nur die Leitlisten! Ja, das ist gut! Nur die Linke! Das ist ein Walkout! Das ist ein Walkout! Das ist ein Walkout! Das ist Kante Miro! Let's go! Let's go! Diesmal habe ich das Open gesehen, nur die Linke, man hat gewollt, wenn mir die Rechten lieber gewesen wären. Und da macht er auch den Golfer an. Hat er von Jareth Bale gelernt. Ganz klare Kiste. Ja, kommt der gut an? Simon Südel hat ihn am Mikrofon. Hole in one, motherfucker! Und jetzt seht ihr wieder, wie so ein 5K-Pack aussieht, ne? Das ist schon wieder ein Walkout! Das ist schon Frankreich! Komm schon! Komm schon! Kante! Das ist Kante! Das ist Kante! Das ist Kante! 89! Let's go! Let's go! Let's go! Ja! Ja! Meine Stimme ist weg, aber das ist scheißegal. Ja! Come on! That's it, Alter! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! What's go! Oh, Walkout. Oh, Walkout. Oh, Walkout. Oh, Walkout. Wer? Das ist Bobby Firmino. Das ist Bobby Firmino. Das ist Bobby Firmino. Der ist für Bossio. Let's go. Bossio, der ist für dich. Okay, check, check, check. Ganz, ganz kurz. Wir haben es hier gerade. Ach du Scheiße, Freunde. Wir haben es gerade 7.02 Uhr morgens. Ich bin extra aufgestanden, habe mir den Wecker gestellt, obwohl ich bis fast viel gespringt habe, damit ich diesem Firmino meine erste Icon noch kaufen kann. Und gleich ist es soweit. Ich hoffe, das passt hier. Ich habe Gebot Nummer 1. Ich wollte das unbedingt hier noch für das Video mit reinmachen. Meine erste Icon ist so gut wie da. Noch 10 Sekunden. Icon Firmino. Schaut euch die Stats an, Freunde. 5 Sterne Skills. 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Der ist zwar vorhin schon beim Stream für 100k weniger ausgelaufen, aber ich wollte ihn einfach unbedingt haben. Und da ist sie. Die erste Icon ist da, Freunde. Icon Pirlo. Einfach nur krank. Ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder schlafen. Ich brauche Schlaf, Freunde. Erste Icon. Und es ist Icon Pirlo. Ich habe euch gesagt, dass ich mir ihn holen werde. Und da ist er. Let's fucking go. Und das ist jetzt ein brutaler Walkout-Escalation. Das ist wirklich ein Walkout. Das ist ein Walkout. Das ist die Erlösung. Das ist ein Walkout. Das ist not so much. Das ist noch ein Walkout. Let's go. Ach du Scheiße. Ach meise. Da ist er. Da ist er. Und dann so eine Scheiße, Alter. Gib mir doch neuer Inform oder so. Was für Scheiß-Stats, Alter. 51 Tempo, Alter. Mir spreizt dieses Arsch noch in alle Richtungen, die nur gehen. Aber Matt Summers darf offiziell dieses Best-Doc von diesem Stream behenden, Freunde. Ihr seht, ich bin brutal am Arschlöschel, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Für das erste Mal FIFA 20. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt es dir jetzt in die Kommentare. Hashtag IchWillFIFA. Hashtag DuArschloch. Das war's. Hau rein. Bis zum nächsten Mal.